Aus dem Gedanken sozusagen, aber okay. So, dann würde ich jetzt noch sagen, dann werden wir gucken, ob wir hier noch irgendwie was finden hier, wenn nicht, dann machen wir uns den Weg wieder zurück zur Statue der Mila und bringen noch der guten Catria ihre Klasse, dass sie dann auch in Falken ritt ist. Waren wir da schon? Ja, die haben wir geöffnet, die Truhe, da war ja der Silberbogen drin. Dann gehen wir nochmal kurz hier hoch, weil ich glaube, da war ich noch nicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zur Statue der Mila. Wobei ist hier wieder der Brunnen. Ne, da ist noch eine Truhe, die haben wir auch schon geöffnet. Sehr komisch, das Ganze irgendwie, das wirkt so irgendwie, als würden wir schon hier einmal gewesen sein, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Es ist so komisch, ich glaube tatsächlich, wir waren hier schon, alle Wege führen da wieder hin. Ich glaube, ja. Weil wenn ich mir das jetzt so ansehe, also ich werde jetzt definitiv nochmal zur Statue der Mila zurückgehen. Und dann dort. Ne, ich habe keinen Bock auf dich, du bist nur nervig. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich will ja nicht kämpfen. Ich will ja nur zurück da, genau. Genau, da wollte ich hin. Äh, neue Klasse für Catria. Äh, ja. Boah, ja, das sieht ganz annehmbar aus, würde ich sagen. Einen zweiten Falkenritter. Den man sich mal so genehmigen kann, würde ich sagen. Tü-tü-ung. Ich dachte, das Pferd würde ein weißes, ein blaues Horn haben, aber es hat nun ein weißes. Catria lernte Ächtung. Boah, damit sollte jetzt auch der Kampf hier in diesem Dungeon noch ein bisschen angenehmer werden. Ich werde jetzt nochmal nach oben gehen und da dann nochmal gucken. Wenn da nichts mehr ist, äh, wenn wir da schon waren, dann gehe ich sofort zum Weiler der Weisen. Wenn hier nichts mehr sein sollte. Oh, wobei du, du hast aber Angst vor uns. Okay, du haust ab. Nicht gut. Ich habe keine Lust auf Nervi. Kämpfe, ich will nur, das war auch eine Truhe, die wir schon haben. Ich glaube tatsächlich, dass nur die, ähm, die Gegner anders sind, die dann eventuell kommen hier. Ich glaube echt, es sind nur andere Gegner, die dann da kommen, aber jetzt nicht irgendwie, dass da andere Truhen werden oder so. Weil das sind immer dieselben Truhen und dann auch derselbe Aufbau tatsächlich. Weil hier würde ein Schnaubi ja dasselbe stehen mit der, mit der, mit den Turmen, Türmenfolgen. Ja, ja gut. Dann, ähm, würde ich sagen, also ich denke mal, das ist ein sehr guter Ort tatsächlich sogar, um zu trainieren. Vielleicht werde ich das auch tatsächlich nochmal tun und vielleicht esst uns so, ähm, lass mich in Ruhe. Boah, war das knapp. Nein, ich habe keine Lust zu kämpfen. Ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Also wie gesagt, dann werde ich vielleicht nochmal mit Est oder Atlas vielleicht nochmal hier hingehen, wenn ich da Bock dazu verspüre. Aber jetzt hier, würde ich sagen, gehen wir dann hier raus. Und zum Weiler der Weisen. Und dann überziehe ich auch hier nochmal. Immer das Ganze überziehen, ja, weil bin ich jetzt schon wieder bei der... Ah ne, Weiler der Weisen, alles klar. Alles Klärchen, äh, gut. Was haben wir denn hier so schön? Das Lichtunghaus der Weisen, Schmiede-Bibliothek. Bebeutek! Do you all really mean to fight Jedha? I urge you to reconsider. He's a terrifying man. If you must fight him, there's only one way. Four. Eight. Twelve. Ah! It hurts. Jedha's curse. Was zum Teufel? Interessant. 4, 8, 12. Das sollten wir uns vielleicht mal merken. Cremiori-Ring. Honigkeks und Wein. Okay, und sonst haben wir hier nichts Besonderes. Okay, interessant. Dann ab zur Schmiede. Gut, aber ich glaube, wir haben nicht so viel, um da was zu schmieden. Ja, eher nicht so. Höchstens, dass man immer nur eine Goldding braucht. Dann können sie auch so einen Sau-Ion haben. Aber will ich das unbedingt? Ja gut, eine Silberlanze verstärkt. Das ist toll. Aber brauche ich jetzt auch nicht so unbedingt. Ja, also eigentlich kann ich mir das schenken tatsächlich. Richtig lohnt sich das hier nicht. Nö. Nö, dann würde ich sagen. Vielleicht will ich aber echt nochmal auch nochmal einen Weg suchen, um mir so ein paar von diesen Silberdingern da zu farmen. Besten noch so einen Stream machen. So Farming-Silbertaler. Ah, Lichtungen. Ach, hier sind auch nochmal Händler, okay. Also wenn wir das auch zu allem schicken wollen, dann haben wir hier auch nochmal ein paar Kräme. Alles klar. Ja. Das ist das alles. Das ganze Bereich hat sich geteilt. Das Legitiv von Dolphin Garcia's Wicked-Experiments. Ich habe immer gedacht, dass Emperor Rudolf ein wunderschön. Aber nur ein Führer würde die Abüß der Duma faithful sein, um so zu sein. alles klar also das ist ja natürlich interessant haus so feucht wie alles ist braucht man einen hausbrand wohl nicht fürchten ja würde ich auch sagen überall moos sogar die dächer sind moos bewachsen ja eigentlich sieht es ja hier recht schön aus man würde hier gar nicht denken dass hier gar nicht so wirklich es gut ist die häuser allesamt das holz das sieht man nicht alle tage gut und dann gehen wir noch zum haus des weisen hals hier ja das ist natürlich der wichtigste wobei ich hole mir aber vorher noch das da ambrosia soma licht ich habe ein bisschen angst dass hier alles in flammen aufgehen könnte ja das stimmt dass ich schaukelstuhl ein schaukelstuhl stimmt ein lieblingsleseplatz eine erinnerung sehr interessant die hören wir uns gleich auch noch an hier vor dem partner nicht überzieht jetzt mal ein bisschen länger hier aber bei diesem story den kann man sich mal gönnen sage halcyon sir i'm ah selika child of fate i'm glad you've come child of fate you're not the first to call me that but i have no idea where my fate lies please please halcyon grant me guidance tell me what fate holds for me i'm so lost i don't know what to do i know you have suffered much along the path here selika but i fear i can know more of anyone's faint than you do what i do ken however is this two things exist to guide you one is the brand you bear the other is your soul's pair with the selfsame mark Das Selbstsame. Du meinst Ohm? Ja. Warum warst du mit der Brand? Und warum sind es zwei von dir? Das sind die Fragen, die du musst nachdenken. Und immer記st du, dass du nicht allein bist. Warte. Danke, Sage Halcyon. Natürlich, Junge. Aber während ich nicht die Zukunft kann, meine Magik noch nicht helfen kann. Wenn es etwas, was du möchtest, erzähl mir. Ich... Ich wünsche nichts für mich. Aber ich bin Angst für Ohm. Bitte, wenn so etwas möglich ist, benutze deine Macht, um ihn zu helfen. Der andere Junge von Fakten? Dein ist ein generouses Herz. Sehr gut. Ohm. Was hat gerade passiert? Ich schaue meine Macht an Al. Mit ihnen wird er eine neue Kraft über sich zu erledigen. Er braucht nur Will für sie. Oh. Danke, Halcyon. Alm kann jetzt die Klasse Held wechseln. Alles klar. Ohm. Ah. Was? Well, of course I do, but I doubt Ulm is eager to see me. I said terrible things to him when we last parted. The fire of youth at work. All the more reason to meet and speak again, no? I can send you to him if you desire it. Not your physical form, but a projection of your mind. Enough to speak, at least. Is that really possible? It is. Close your eyes, child. Oh. Geistige Kontakte. Hm? I heard my name. Oh, it's me. It's Celica. Celica? How are you here? Actually, where are you? Come out already! Ulm. I can't believe I actually have this chance. Celica! Is this... just an illusion? Is it really you? Yes, it's me! Sage Halcyon's magic is allowing me to speak with you. Oh, I've missed you so much! I'm happy to see you too. Um, listen, I... I... W-what's wrong? Celica? Did something happen? Are things not going as well as you'd hoped? Ugh, I wish you were here in person. I don't know what to... Please don't cry. You... you're not angry? I said such terrible things to you back at the castle. Huh? Wait, that's been bothering you? I mean, sure, I was sad you didn't seem to see my side of things. But I'd never get mad at you. Why not? Why not? Why not? You sure do like putting me on the spot. Didn't we have a similar conversation years ago? I suppose we did. You were always so nice to me while I... While I'm always thinking only of myself. I'm sorry, Ohm. Celica, what's wrong? I finally remembered why I left the island in the first place. I'm going to see Duma. What? No! Celica, the Duma faithful are... It's too dangerous. There's no telling what they'll do to you. Even so, I have to go. Mela wasn't in her temple, Ohm. Huh? What does that mean? Emperor Rudolph attacked. She's being held captive in Duma Tower. That must be the reason why Zofia's land has gone barren. No. No. The Emperor? And that's where I must go. I have to free Mela. I'm the only one who can. Wait, Celica. I finally figured it out, but... You're actually... You're the princess of Zofia, aren't you? Princess aunties. I am. I guess my secret's out. Ugh. Now I'm cringing at what I said to you before. Talk about thoughtless. Forgive me, Celica. But don't worry. I promise I'll get your kingdom back. So please, promise me in turn that you won't... That's kind of you, Ohm. But I have to. Just winning this war isn't enough. What? I don't understand. It'll be clear to you soon. I'll do everything I can here. Please, just be safe. Celica? Wait! Celica! Celica! Okay. Okay. Ich vermute mal, wir sollen jetzt den weiter verlassen. Das, äh, können wir jetzt auch noch tun tatsächlich. Ich denke, wir sind jetzt fertig. fertig. Ja, also das ist ja natürlich heftig hier tatsächlich und ich merke gerade, wir müssen jetzt also ständig, wenn wir hier jetzt wieder zurück wollen, dann darüber hingehen, ja, das ist natürlich super. Okay, ich weiß noch nicht, ob ich tatsächlich mit, oh Gott, 1700, oha, also das wird natürlich ein heftiger Kampf werden, der eigentlich gar nicht mal so, aber, ja, also Jedha, ich weiß nicht, der wird bestimmt übel werden hier, da müssen wir mal gucken hier. Aber gut, ich würde tatsächlich sagen hier, ich werde jetzt schnell noch tatsächlich Almsklasse wechseln und dann würde ich sagen, dann wären wir hier durch tatsächlich für heute, da war noch irgendwer anders, der die Klasse wechseln konnte, ich glaube nur Alm, naja, okay. Okay, dann werden wir jetzt noch Almsklasse wechseln, dass er zum Held wird, weil ich denke mal, er ist auch notwendig. Und ja, dann werden wir mal sehen, was wir da noch so erreichen werden. Ich denke mal, wir werden dann aber erstmal wieder mit allem weitermachen. Nein, ich will nicht, nicht mit euch rumärgern. Da kam ich da nicht mehr raus, das kann doch nicht wahr sein hier. Und rückst du darfst du auch was auf den dritten Zug machen. Zum gut sehen, aber gut, ich mache erstmal den Kantor weg. Weil, ja, wir nutzen mal das Retten, wir nutzen Retten. Wir nutzen Retten, die neue Fähigkeit, die ich gelernt habe. Oh, der Part hat so Überlänge. Ich denke mal, ich habe den wieder auf zwei Parts gesplitt, denke ich mal, dann, weil ich sehe schon, ich bin hier schon in einer Aufnahmezeit von 38 Minuten. Und sie kann auch wechseln, sehr schön. Dies ist ja sehr, sehr schön, dass sie dann auch wechseln darf. So, und dann werde ich das dann so machen. Äh, Rettung. Weil das ist mir dann doch, wobei, sie, ja, purgativ, sie hat doch genug Resistenz. Sie hat doch genug Resistenz, da brauche ich doch keine Angst zu haben. Echt mal. Und du hast neun. Ja, das ist mir dann noch ein bisschen zu wenig, aber... Ja gut, du könntest ja auch vielleicht ein paar anlocken. Oh, wie süß. Drei Schaden. Wow, ist das süß. Nochmal drei Schaden, ist das süß. Und nochmal drei Schaden. Wow, ich bin überwältigt. Wobei, der könnte ein bisschen mehr abziehen. Wenn er treffen würde, aber tut er nicht. Und der bringt sich selber um. Alles klar. Beziehungsweise nicht ganz, aber so gut wie. Gut, dann würde ich sagen, nach, das ist natürlich der Typ. Na, dann machst du den da oben weg. Aber dann ist ja nochmal schön, dann sehen wir sogar noch zwei weitere Entwicklungen. Das ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Ja, der ist mal sowas von weg. Und sogar doppelt und dreifach ist der weg. 66. Ja, also was Schaden anbelangt, da machen wir jetzt ordentlich. Da machen wir jetzt ordentlich Kanüte drauf. Vor allen Dingen, wie er einfach mal die Lanze direkt in sein Gesicht aufspießt. Ist ja mal richtig. Also, Vorseite. Ja, tu dir keinen Zwang an, mein Lieber. Tu dir echt keinen Zwang an. Ja, dann machst du den da weg mit dem blöden Schleimdingen. Natürlich muss er sich natürlich auch so doof in den Wald stellen. Dann machen wir das so. Dann machen wir das eben so. Dann machen wir das eben so. Auch wenn sie dann kaum Erfahrungspunkte noch kriegt. Beziehungsweise, dass er sich nicht lohnt. Aber egal. So, und dich machst du weg. Natürlich von... Na, aber schaffst du noch nicht, wenn du nicht krettest. Mal gucken. Wow. Manchmal will mir das Spiel echt auch so sagen, so... Äh... Manchmal will mich das Spiel auch richtig hart. Äh... Äh... Ja, keine Ahnung. Fällt mir nichts mehr zu ein. Oh. Aber gut. Und ihn auch nochmal ein Level ab. Wunderbar. Was bist du denn jetzt schon? Du bist Level 3. Okay. Also, ich muss echt gestehen hier. Man sollte ihn ja zum Bogenschützen machen, aber auch als Kavallerie. Ist Tobin richtig stark. Der ist einfach mal tausendmal besser als Clive... Äh... Äh... Clive und, ähm... Mathilda, finde ich. Da ging's weiter, ne? Ja, ne. Da wollte ich nicht... Ich will zur Statue der Mila nur gehen. Die ja hier war. War die hier? Nö. War die Statue nochmal? Die war da... Gab's doch auch ne Statue oder nicht? Da war ich mir eigentlich ziemlich sicher. Oder... Ach nee, das war hier genau. Dann konnte man da ja weitergehen. Genau, stimmt. Da war ja was. Aber ich kann ihn schon mal so sagen. Also, wir werden definitiv in den nächsten Parts bald ein bisschen ziemlich, ähm... Ja... Richtung richtig krass Action gehen werden, kann ich so sagen. Ein Verteidigungspunkt. Ein bisschen KP. Ja, also gut. Ja, gut, ne? Verteidigungsmäßig ist eher... Naja... Aber dafür kannst du ja jetzt auch Heilen und Schwerter benutzen, die gute Delcia. Ui, ja... Wobei, jetzt hat's aber... Jetzt hat's ein bisschen was an, auf jeden Fall. Ein bisschen mehr. Ja, doch, würde ich sagen. Schwert und Erholung gelernt. Wunderbar. Und für allem... Okay, er kriegt zwei Geschwindigkeiten und zwei Glück dazu als Held. Aber ansonsten erinnert sich an ihm nichts. Ah, er kann Bogen benutzen. Okay. Das ist ja auch mal schick. Er kann Bögen benutzen. Das finde ich nice. Er kann Bögen benutzen. Ja, ähm... Das finde ich cool. Das finde ich echt nice, muss ich gestehen. Da kann er einen Bogen benutzen. Das ist cool. Aber bis auf, dass er jetzt einen Cape anhat, hat sich echt nicht viel geändert. Einem kann nun Bögen verwenden. Das ist natürlich cool. Das muss ich echt gestehen. Zeitenrat. Das haben wir noch. Bevor ich das noch vergesse, wir haben noch eine weitere Erinnerung. Erinnerung an die Villa. Ja. Ja. Conrad? Conrad! Where in the world did he go? Wait, is that... Aunt Teese? Aunt Teese, is that you? Conrad? I can hear you, but I don't... Where are you? Um, good morning? Morning? It's past noon. What were you doing under the bed? I was hiding so the ghost wouldn't take me away. What ghost? Mother told me all about it. She said that if I'm bad, a ghost will come for me in the night. It'll come down from Fear Mountain and Regal and take me away. Oh, you're so lucky. Your mother's Regalian, so she has all sorts of fun stories. Uh, fun? So you're not scared of the ghost? No, why would I be? I haven't done anything bad. Uh... Have you done something bad? Uh... Um, well, I kinda accidentally broke the vase in the Great Hall. Then I cleaned up all the pieces and buried them in the garden. That was you? The servants were looking everywhere for that vase. We have to go tell them. B-but I'll get in trouble. They'll be fine, Conrad. I'll go with you. We'll apologize and they'll forgive us. I promise. Besides, if you don't, that ghost is sure to come and get you tonight! No! If it took me away, I wouldn't be able to play with you anymore. Right? And I don't want you to go away either. So then, shall we go? All right. Let's hurry and put this all behind us. Uh, wait. I'm kinda scared. Can I hold your hand? Conrad, you... Oh, all right. Also, dafür, dass Conrad damals als Kind noch ein ganz schöner Angsthase war, hat er sich mittlerweile echt gemausert, muss ich gestehen. Äh, aber gut, dann, äh, ja, danke fürs Zusehen, diesen Part, dem letzten Part und vielleicht auch noch dem vorvorletzten Part, aber auf jeden Fall danke fürs Zusehen und, ja, bis zum nächsten Part von Fire Emblem Echoes, Shadows of Valencia, wenn wir in den, die spannendsten Gefechte vor uns stehen werden. Gut, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part, bis dann und tschüss. Äh, bis dann. Yeah. Mm-hmm. Äh, bis dann. Mm-hmm. Mm-hmm. Bis zum nächsten Mal.